Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Channel. Mit dabei ist heute der 10-10 Euro. Ein Typ namens Nizeboy0410 und ein anderer typischer Typ, den wir einfach so in den Runden haben, weil wir auch aufwühlen gedruckt haben. So, wir sind jetzt da klein darunter, das ist mal was ganz besonderes. Das ist Lupe, wenn ich die Pampen habe, oder? No, 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 nice. Wir haben seinen Namen ausgefunden, er heißt Holze, also er hat keine anderen Namen, er heißt nur Holze. Er kommt von ganz weit her. Dort, Deutschland. Also von Geolex. Australien? Genau, Australien. Sicher Australien. Russland, 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 Russland. Ohne, du hast kein Russland, sondern russisches Akzent. Ja, ob eben wurde Russisch. Du hatte keine russische Akzent. Psst. Der Benedikt ist. Psst. Psst, 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 psst. Sorry von Wurstl, geil. Und außerdem habe ich noch einen dek appointed, gell? Der lautet Tato 50 0675 unterstrich HD 33,056? Komma? Komma, ja. Wieso? Also alle benutzige Crater, die was da in kommenden Crater-Card rein hat. Ich glaube, das wird sicher auch ein Reh geben, die was auch gar nicht heißt. Wieso? 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 5 Euro. Ich krieg von Fahrten nicht dann 1000 Euro. Es wird natürlich vom Konta abbrucht. Ja. Ey, ganz klar. Ganz klar, die wissen alles. Ein Doktor. Ganz klare Sache. Ja. Oh mein Gott, das war jetzt ... Oh mein Gott, das war jetzt ein Trickshot! ich bin zwei Stunden gewesen dann habe ich mich abgeschossen dann bam hinten zurück auf die Wurde. Oh ne. Und mein Schultzserber habe ich noch. Was? Mein Schultzserber habe ich noch. So ja. Der kostet pro Minuten 10 Euro. 22.000 Slotze. Ich kann 20.000 Leute anspielen. Meine ganzen Freunde haben sie jetzt auch schon. Also ich habe sie schon in Minecraft gekauft, oder? Ja. Mein Gott, hey. Ja, sorry, boy. Also die anderen haben sie jetzt alle schon in Minecraft gekauft, oder? Wieso ist er? Ja, wieso ist er jetzt, gell? Da kann ich jetzt alle Atmen geben, gell? Wer auf meinen Server kommt, Tower of 55. Wo ist es? Wo ist es? Ja. Komm, der Reiger ist, ist die RP. Kommt nicht. Der, der kriegt den Admin und Topee. Hallo Marcel. So. Leute, jetzt kommt noch was ganz spezielles dann später. Äh, sagen wir über 5 Minuten, nur eine Minute. So. Tick, oder? Ja. Ja. Schwert. DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM. Ah, ja. DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM-DUM. Scheiße. es ist vor ein paar wäden nur ich hab ein buch eigentlich weg schießen wollen was der karte ich muss es mit den pulzen machen ich muss es mit den pilzen machen hallo auf mich bleibt wer geschossen buch ja ich glaube es liebt die juli wahrscheinlich sicher juli juli herzungsleit das war jetzt so eine leitste stellt sich auf da bei mir kommt sie das war ich will die kisten stellen wir uns da drinnen hin da ist keine kisten Ich krieg drauf. Wir stellen uns jetzt alle da hinter die Bar. Wir stellen uns jetzt alle hinter die Bar, wo ich jetzt meinen Schlürfsaft trinke. Danke. So. Nein, jetzt kommt etwas ganz viel Spezielles. So, Juli. Leise. Leise. So, ich werde jetzt... Leute, haltet euch fest. Leute, haltet euch fest. Ich präsentiere jetzt die neue Facecam. Äh, geil. Schau, da bin ich. Geil. Hallo. Hallo. Jetzt geh ich. Da. Ich hab grad mein Facecam vorgeführt. Hallo. Schau, ich kann dich auch den unten lassen. Da. Leute, schreib's mal, wo ist die Facecam? Ganz unten links in der... Oh, oder Lama, bei Schnellem. Da zum Beispiel. Aber ich lasse es unten in der Echel, so. Wir spielen jetzt weiter. Hört Lama. Ja. Mein Gott. Juli, wirklich... Juli, oder? Mei. Juli. 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 Juli, wirklich mal, Juli. Nein, jetzt muss ich auch noch mitmachen, Leute. Ist das nicht angesteckt. Warte auf mich. Gegner gesichtet? Nein. Spaß. Wir tanzen da an, hey. Wir tanzen da an, Leute. An tanzen, hey. Leute. Fabi, verrät, gehst du nicht. Nein, ich hab mich Juli wegschossen. Kein Zorn. Ja, was? Da ist der Kiste, der Briehom. Na, kriegst du nicht. Der, der, der komische Typ da, leid beachtest denn nicht. Beachtest denn nicht, oder? Na, wo ist es mit dir, hm? Komischer Typ, da. Der Pägel von der Wöl. Na, brauche ich nicht. Okay. Passt. Ich will sie mit. Oder das Buch ist in der Tür. Oh, schon, oder? Digga, was heizen ist da. Ah, äh, von uns hast du gerade gesniped, meinte. Pass auf, gell. Kämpf her. Ja. Wer ist das? Hä? Was? Was? Was meint das? Ich glaub da oben vom Berge irgendwo war. Was ist das? Ja. Oh, da ist die Kiste. Ui. Ui. Was? Leid, leid, leid. Ui. Der Pägel ist der. Na, los in Ruhe, los in Ruhe, los in Ruhe. Los in Ruhe. Er hat noch nicht schon verhebt. Noo. Ich komm. Oh, wer hat da zu mir auch mal gesniped. Der Fabio bittig. Ja, fix. Wieso eh? Oh! Hinter mir is ne, hab ich nerb. Wieso, aber sowieso Fabio? Nein, ich hab den Uhren fast gefinisht. Hey, wo is wer? Der Mars is on. Achso, ey, der ist ein Sniper. Ja, aber die, glaube ich. Ey, ist nochmal ein Unschuss. Leid, wir müssen jetzt auch wieder. So, zum Glück kriegt man... Oh, der war gelassen. Zum Glück kriegt man... Ja, der war gelassen. Ja, der war gelassen. Ja, der war gelassen. Ja, der war gelassen. Der ist nicht mehr. Die Leute, wir müssen da springen. Die ist nicht mehr. Die ist nicht mehr. Die ist nicht mehr. Die ist nicht mehr. Nein, der war gelassen. Nein, der war gelassen. Nein, das erste Mal. Ja, aber... Hey, da hinter mir, hinter mir bitte. Ich brauch eine Gruppe. Ja, Alter. Ich kann nicht mehr raus, ich da. Da käme ein Fieri. Gruppe! Meiii! Ja! Ja! Nehm's doch bitte! Jo, eine. Die haben sowieso... Ja, boi. Eine, die Orca! Ich hab' hinten gesagt, ich hab' ich gesagt. Ich war' hinten ab. Ich war' hinten ab. Komm, komm! Ich kenn' mich gar nichts mehr aus. Ich kenn' mich gar nichts mehr aus. Hä, wo ist jetzt er? Ja! Irgendwer muss mich noch heilen. Der... 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 Ohne, ich hab' mich aufgelassen. Juli, heilen mich schnell. Oh! Alter! Der... Alter, du... Juli, du bist doch mal durchgestaut. Alter, was? Alter, was? Der ist nicht mehr wahr, Werner. Was geht's denn hier? Der... Der ist laut, der ist laut. Ich hab' ja immer noch gut mit. Alter, was? Na... Na... Uuuuh... Ja, Leute, ich hoffe, ich hab' die Runde gefallen. Scheiße, ich will das Blut verschoben? Ja... Und Leute... Und Leute... Und Leute... Willst du mich grüßen? Willst du mich grüßen? Uuuuh... No... No... Bootschi? 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 Bootschi, ja. Na, der ist schweig. Okay. Gah? Ich will dir sagen, danke für... 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 fürs Zugucken. Und... 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 Ihr bester könnt werdet ihr es jetzt immer lassen. Crater Cold nie vergessen zu meintragen. Mannschaftsverarbeit retten. Und ja, Leute, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Und... Ciao. Leute. April, April! April, April. A сп